Die Bass-Drohnen auf die Tendertronen stimmen. So, die Tendertronen der Äußeren haben wir jetzt aufs tiefe A gestimmt. Und als nächstes, wenn Sie das in einer Zeit lang geübt haben, ein paar Wochen, und auch schon ein paar weitere Lieder spielen können, dann machen wir die Bass-Drohnen auf. Korben raus, auch hier wieder sicher gehen, dass sie gut eingestellt ist, dass sie die richtige Luftmöglichkeit braucht. Und dann versuchen wir jetzt, die Bass-Drohnen auf die Tendertronen zu stimmen. Indem, dass wir ein hohes A konstant halten, mit einem richtig guten, kräftigen Druck. Und ich gehe jetzt davon aus, dass die Tendertronen stimmen aufs tiefe A. Jetzt gehe ich auch mit der Bass-Drohnen extra ein Stück weiter aus und versuche jetzt beim Spielen des hohen A, die Bass-Drohnen ganz langsam auf die Tendertronen zu stimmen. Spielen des hohen A, die Bass-Drohnen ganz langsam auf die Tendertronen zu stimmen. Spielen des hohen A, die Bass-Drohnen auf die Tendertronen zu motorradieren. Das war's für heute.